Die deutsche Nationalmannschaft hatte schon richtig geile Trikots, aber auch Trikots, die eher nicht so geil waren. Ich möchte euch heute mal ein paar Top- und Flop-Trikots seit 2000 vorstellen. Schreib deine Meinung zu manchen Trikots gerne mal unten in die Kommentare und dein eigenes Ranking und dann schauen wir mal, wo wir gleich sind und wo wir vielleicht komplett unterschiedlicher Meinung sind. Das erste Trikot ist das Auswärtstrikot von 2016 und das ist einfach überhaupt nicht mein Fall. Die Farbe finde ich nicht mal schlecht und trotzdem, das kam ich einfach nicht ab und klar. Das ist alles eigener Geschmack, so wie das gesamte Video hier. Aber irgendwas hatte das Trikot, was mich gestört hat. Ich finde sogar das Muster ganz okay, aber dann sind die Ärmel halt ohne alles. Die sind dann auch noch in einer anderen Farbe. Du hast da zu viele unterschiedliche Farben. Das Ärmelgrün ist ein anderes, was auf der Brust ist. Dann hast du die weißen Streifen, dann hast du hinten noch ein bisschen was in schwarz. Dann hast du da zu viele Logos. Das stört mich einfach, da ist zu viel los auf diesem Trikot. Also gleichzeitig habe ich mal gehört, du hast innen drin ja auch noch so ein Letzchen quasi gehabt, nenne ich es einfach mal, so ein Trainingsletzchen. Das ist einfach kein so wirklich richtig gelungenes Trikot für mich. Deswegen für mich eher ein Flop-Trikot. Ein absolutes Top-Trikot ist das Trikot von 2022. Die Auswärtsedition, dieses Rot-Schwarze mit diesem Wabenmuster, nenne ich es einfach mal. Dann ein goldenes Logo von Adidas von DFB. Das sieht so brutal gut aus. Wahrscheinlich eines der schönsten Trikots für mich seit 2000. Das ist phänomenal gut aussehen. Auch die drei Streifen auf den Ärmeln, beziehungsweise auf der Schulter besser gesagt, ist brutal. Das ist so ein absolut geiles Trikot. Das ist so dezent und trotzdem, das wirkt richtig mächtig, wie ich finde. Klar, bei dem Turnier, wo es angezogen wurde, eher schwierig ehrlicherweise. Aber das ist ein absolutes Banger-Trikot. Für mich, wie gesagt, eines der absolut besten. Ein geiles Trikot gehört für mich auf jede Top-Liste. Keine Top-Liste gehört für mich das Auswärts-Trikot von 2006. Und das ist ein rot-schwarzes und das hat ja noch diesen goldenen Streifen hier. Und das ist irgendwie Kult, weil das ist von 2006, von der WM 2006, unser Sommermärchen, das Auswärts-Trikot. Deswegen ist das irgendwie ganz cool. Und Flop ist sowieso immer schwierig, weil Deutschland im Allgemeinen eigentlich ganz coole Trikots hat. Aber es ist von 2000 bis jetzt eben eines der schlechteren. Und ich kann mich damit nicht so wirklich anfreunden. Klar, die WM 2006 habe auch ich in sehr guter Erinnerung, war ich halt auch erst 10, aber trotzdem habe ich das sehr präsent noch im Kopf. Aber das Trikot, das gefällt mir nicht so wirklich. Ich mag das Design, das hat ja mittlerweile so ein kleines Revival gefunden bei den neuen Trikots. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein zu harter Cut. Diese schwarz und dann rot, sehr viel rot und dann auf einmal zack, Hardcut-Schwarz. Das gefällt mir nicht, dann hast du noch eine weiße Nummer dabei, dann hast du noch ein goldenes Element und das ist dann irgendwo auch eine Farbe im Zweifelsfall zu viel. Dann alles, wie gesagt, zu Hardcut-mäßig. Deswegen für mich ein etwas unförmiges, unstimmiges Trikot und deswegen hier auf der Flop-Liste. Was wahrscheinlich nicht bei jedem auf der Top-Liste ist, ist das Heimtrikot von 2020. Und ich finde das so mega, mega schön. Das ist ein so wunderschönes, einfaches, cleanes Trikot. Man hat einfach die Streifen. Man hat einfache Streifen. Angeblich haben die ja noch so einen leichten Pinselstrich. Ich weiß das jetzt ehrlicherweise gar nicht. Das ist bei Adidas-Trikots wohl in dem Jahrgang ganz normal gewesen. Aber ich finde das einfach so schick und so edel und so gut aussehend. Ich mag allgemein schon Streifentrikots häufig eigentlich ganz gerne. Es kommt halt darauf an, wie sie gemacht sind. Und hier dann noch an den Ärmeln, schwarz, rot, gold. Dann der Kragen mit dem Schwarz. Das sieht einfach gut aus. Ich finde das hier insgesamt einfach sehr gelungen. Natürlich ist es schwierig, hier das Logo vom Deutschen Fußballbund da einzufügen. Auch mit den Sternen drüber. Das wirkt halt hier nicht ganz optimal. Das Adidas-Logo ist dagegen sehr gut implementiert. Aber insgesamt finde ich das irgendwie einfach jedes Mal, wenn ich drauf schaue, ein richtig, richtig schönes, gelungenes, gut aussehendes Trikot, was ich selber eigentlich total gerne besitzen würde. Weniger schön finde ich dann das Auswärtstrikot von 2002. Ja, damals waren Trikots sowieso noch anders. Die sind anders geschnitten gewesen. Die hatten eine andere Dynamik, ein anderes, eine andere Idee noch, weil auch häufiger noch sehr weit und alles. Aber das sieht einfach nicht schön aus. Das ist dieses Grau, glaube ich, soll es sein, mit einem etwas dunkleren Grau. Boah, muss ich da wirklich viel zu sagen. Dann hast du die drei Sterne, der Titel in Schwarz, Rot, Gold. Das Gold und das Schwarz siehst du gefühlt so gar nicht. Das Rot eigentlich auch nicht wirklich. Das ist einfach, hat so eine Art Brustring halt, ne. Aber nee, also ich glaube, hier muss ich nicht viel sagen. Das ist für mich wahrscheinlich eines der schlechtesten Trikots. Und das ist so schade, weil man muss auch dazu sagen, vor 2000, oh, gibt es dort wunderschöne Trikots. Holy. Aber das ist absolut hässlich. Ich finde das grausam. Ich finde das wirklich, es ist tragisch, wie das aussieht, wenn ich mich an die WM 2002 dann allgemein erinnere. Das war halt ein geiles Turnier damals in Südkorea und Japan. Das war halt cool, Deutschland im Finale. Ja, bitte, okay. Aber das Trikot, nee, daran brauche ich definitiv mal keine Erinnerung. Woran ich mich dagegen viel lieber erinnere, ist an das Auswärtstrikot von 2014. Sondern das ist wieder ein Streifenmuster, jedoch natürlich ganz anders. Schwarz, Rot und oh, Alter. Das Trikot ist ein absoluter Traum. Das Trikot ist für mich eine absolute 10 von 10. Klar, jetzt habe ich das Trikot auch im Kopf, wenn ich da unter anderem einen Toni Kroos sehe, wenn ich da unter anderem einen Thomas Müller sehe oder wie sie nicht alle in diesem Turnier hießen, die 2014 in Brasilien aufgeräumt haben, die ein geiles Turnier gespielt haben, die einfach gebost haben und die den Titel am Ende geholt haben. Aber das Trikot hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Denn das Trikot alleine war phänomenal. Und natürlich erinnerst du dich da an ein legendäres 7 zu 1 gegen Brasilien mit diesem Trikot. Wie gesagt, wo da ein Toni Kroos steht und du denkst, ihm gehört die verdammte Welt nochmal. Aber das sieht halt auch einfach dafür perfekt aus. Das wäre natürlich auch in einem hässlichen Trikot gut gekommen. Aber mit so einem geilen Trikot macht das nochmal alles etwas besser. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind die weißen Streifen oben. Aber sie passen dann doch noch, weil das DFB-Logo und all das Logo in weiß sind und deswegen geht es auch noch. Aber das ist wahrscheinlich der größte Kritikpunkt noch. Ansonsten aber ein absolutes Traumtrikot. Ein absolut wunderschönes Meisterwerk. Ich liebe das Trikot über alles. Einem Trikot, welchem ich dagegen nicht so wirklich viel abgewinnen konnte, ist das Heimtrikot von 2008. Das ist dieses Trikot, wo dann relativ dick der schwarze Balken ist und dann deutlich geringer rote Gold und dann eben mündend in dem DFB-Logo. Ich mag, dass das Adidas-Logo in der Mitte ist. Allgemein mittige Logos finde ich sehr häufig sehr, sehr, sehr geil, wenn es denn gut gemacht ist. Und auch das ist kein schlechtes Trikot, versteht mich da bloß nicht falsch. Das ist jetzt nicht super hässlich. Aber was die Heimtrikots angeht, für mich höchstwahrscheinlich seit, ja doch, 2000 mit das Schlechteste einfach. Und es stört mich irgendwie, es ist einfach, es weckt in mir keine schönen Gefühle, wenn ich mir dieses Trikot angucke. Es weckt in mir auch irgendwie keine negativen, auf gar keinen Fall. Aber mich stört halt dieses deutlich dickere schwarze, dieser deutlich dickere schwarze Strich, dann im Vergleich zu dem kleinen Rot-Gold. Das wirkt für mich einfach nicht ganz hundertprozentig passend. Und dementsprechend die Idee cool, aber für mich dann doch, insbesondere weil es auch ein Heimtrikot ist, eher so ein kleiner Flop. Das Ding ist, ich merke, ich habe hier deutlich mehr Top-Trikots als Flop-Trikots. Und deswegen machen wir einfach mal zwei Top-Trikots jetzt ganz, ganz schnell. Auf der einen Seite natürlich das Heimtrikot von 2006. Das ist ein wunderschön und wundertgeiles Trikot. Du hast natürlich das Design, was jetzt gerade wieder im Kommen ist, was jetzt gerade wieder dabei ist bei der EM24. Dieses Muster und das sieht fantastisch aus. Schwarz, Rot, Gold, mega geil. Auf einem einfachen weißen Trikot. Die Nummer, okay, die ist immer noch so ein bisschen Geschmackssache. Ansonsten ist es ein phänomenal schönes Trikot. Natürlich auch hier wieder aufgeladen mit Erinnerungen, die einfach irgendwie kribbelig machen. Ich erinnere da an das Last-Minute 1-0 gegen Polen. Ich erinnere da aber auf der anderen Seite auch an den Herzschmerzen nach der Niederlage gegen Italien. Das war auch ein geiles Turnier, aber mit dem Trikot hast du definitiv alles richtig gemacht. Das war der perfekte Opener dafür, für ein geiles Sommermärchen. Ein wunderschönes Trikot. Und das genauso übrigens auch bei der WM 2014, das zweite Top-Trikot. Da war nicht nur das Auswärtstrikot geil, sondern auch das Heimtrikot war phänomenal geil. Du hast hier dieses, ich weiß gar nicht, was es genau sein soll. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein V, aber das kann man auch auf verschiedene... Es sieht ein bisschen aus wie das Trigema-Logo, glaube ich sogar. Aber okay. Aber da hast du dieses Schwarz und dann die verschiedenen Rohtöne runden in das Gold rein. Oh, das ist ein so wunderschönes Trikot. Das ist so wunderschön. Und das meine ich, häufig hat eben der DFB richtig gute Trikots. Weswegen mir zum Beispiel eben auch das 2008er Trikot nur so semi gefällt, weil es geht so viel besser. Es geht so viel besser und ich bin auch ehrlicherweise total gespannt, wie das dann nach der WM 2026 mit Nike sein wird. Weil Adidas macht schon sehr häufig einen mindestens solide, wenn nicht richtig guten Job, ehrlicherweise. Nike, naja, da war nicht immer alles so richtig geil, wenn ich mal auf andere Nationen schaue. Was mir dann zum Beispiel etwas weniger gefällt und deswegen hier bei mir ein Flop ist, ist das Heimtrikot von 2022. Das ist dieser dicke schwarze Strich, der einfach nur runter geht. Ja, ich finde ganz cool, dass am Kragen dieses Schwarz-Rot-Gold noch ist. Aber so wirklich begeistern kann mich das Trikot nicht. Das ist nicht so wirklich meins. Ich finde das nicht so super schön. Es ist okay. Aber auch hier wieder eher ehrlicherweise ein Flop war in der WM in Katar eben zum Einsatz. Nee. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht so richtig gut eher ein Flop. Aber wie gesagt, Flop immer hier in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Und ich möchte jetzt hier nochmal zwei Top-Trikots nennen. Und das ist auf der einen Seite das momentane Heimtrikot. Heim 2024. Wobei ich auch das Aussetztrikot richtig gut finde. Das ist natürlich kontrovers, aber ich finde beide richtig schön. Ich möchte aber hier jetzt vor allen Dingen nochmal richtig erwähnen, das Aussetztrikot von 2012. Das grün-weiße Trikot. Das ist so schick. Ich weiß, grün-weiß ist für viele dann auch schon wieder so, hm, aber das passt halt. Das ist halt mega geil. Das ist ein so schönes Trikot. Ich feiere das total, weil es halt wirklich so grün-weiß passend ist. Mit dem Aufdruck hinten noch 1972, 2012, 40 Jahre lang eben. Geil. Mega geiles Trikot. Super gut gemacht. Ein wunderschönes Trikot. Muss hier einfach genannt werden. Und damit auch das letzte Trikot auf dieser Liste. Schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich bin sehr gespannt, was du bei dir in den nächsten Video hast du sehen.